hallo und willkommen auf meinem kanal ja heute geht es in diesem video mal nicht um modellautos oder sonstige sachen heute wollte ich euch einfach mal zeigen was ich sonst so bekommen habe gestern und vorgestern jetzt habe ich mir gerade vom nachbarn abgeholt weil ich ja auf spätschicht war gestern vorgestern und quasi niemanden erreichen konnte nebenan ja dann habe ich geholt und zwar einmal crocodile power alleskleber ady slim cool multi usage wie auch immer einfach mal zum ausprobieren der war nicht teuer ist auf jeden fall von henkel henkel trocken wahrscheinlich kann man damit eigentlich dann auch wäsche waschen ja macht das krokodil scharf ja warum nicht ja dann habe ich hier einmal auf dem highway ist die hölle losbekommen man kennt diese filme ja die haben mir noch in meiner dvd sammlung gefehlt jetzt habe ich sehe endlich von wann ist der film von ich habe keine ahnung irgendwas aus den 80ern 90ern keine ahnung highway 2 auf dem highway ist wieder die hölle los ja telly savalis tier kocheck und frank sinatra kennt man sammy davis junior kennt man jackie chan kennt man wer spielt hier mit burt reynolds dean martin roger sammy davis junior dom de luis oder de luis oder wie auch immer farrah forset jackie chan ist glaube ich noch der einzige unter anderem von denen die noch leben so dann habe ich hier bekommen charlie sheen und db sweeney und randy quaid no man's land tatort 9 11 wollte ich mir mal angucken den film der soll nicht schlecht sein habe ich mal gehört vor allem hier ich mache schon schleich werbung ist gekauft also brauche ich auch keine werbung einblenden was ich mir noch geholt habe einmal hier für gartenarbeit von von einem guten großen ahr und gardena um unkraut aus den fugen damit raus zu kratzen und weil ich habe eine steinterrasse und oder wenn man Gäste hat die man nicht so mag könnte man einmal so so soll ich sagen na aber man nicht nach nachdenken und was ich mir geholt habe ist zweimal von kraftwerk schallplatte also lp autobahn so sieht die rückseite aus aus dem grunde einmal bleibt eingepackt wegen halt wertsteigerung und dann haben wir noch einmal ausgepackt habe ich schon mal ausgepackt wo kann man reingucken reicht auch nein quatsch ich hol es mal raus so da hätten wir hier ein ein schickes songbook richtig cool wir fahren 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 auf der autobahn vor uns liegt ein weißes tal die sonne scheint mit glitzer strahl die fahrbahn ist ein graues band weiße streifen grüner rand richtig cool gemacht irgendwie jetzt schalten wir das radio an aus dem lautsprecher klingt es dann ist das überhaupt für ein auto ist das ein mercedes oder sowas ist das steht hier polizei ne und wir fahren auf der autobahn mercedes wir sind also quasi im mercedes unterwegs ja und hier ist halt die lp drin hier sind sie noch mal die herren kraftwerk und hier oben wie man sehen kann wo sie einfach mal so raus einmal eine blaue blaue vinyl platte auch blau ja schick schick blau 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 diesmal blau blüht blau nicht der enzian aber ist ja auch egal ja das war's für das video und das sind so meine neuheiten und damit sag ich mal auf wiedersehen tschüss und tschau ich bin raus